UNTERTITELUNG Was ist das für ein riesiges Schlagloch in der Straße? Du bist nicht an der Reihe. Klappe, du Schreckschraube. Ich hab mir fast das Auto zu Schrott gefahren. Was soll das? So, freut die Räder weg. Was tun Sie denn hier? Ich will was lernen. Wieso kannst du da nicht lesen? Tja, keine Ahnung. Das hat was mit meinem Kopf zu tun. Lügen einfach nicht rein. Ah, U? Nein, A-U wird Au gesprochen. Wieso nicht A-U? Es ist eben Au. P. und Hasen sein Elf. Du verarschst mich. Super. Nein. Weiß nicht mal, wie man einen Stift hält, Blödi. Und du bist so hässlich wie dein Vater. So ein Loser. Emil Minou ist in deiner Klasse? Klar, du bist einfach viel zu nett, Alice. Ich hab gesagt, die Knie... Hoch damit, oder ich brech sie dir. Oh, Scheiße. Da ist sie. Sie ist die Zappanlage. Los. Salut, wie geht's? Ah, Patrick. Die Bürgermeisterin. Wie geht's? Und dir? Haben Sie sich mal die Tat angesehen? Fast fehlerfrei. Nur zwölf. Ja! Monsieur Minou, Ihre Zigarette? Es ist Pause. Oui. Oder?